Bivis, guten Morgen, guten Morgen ihr Kleinen. Ist der erste Hunger schon zufriedengestellt, ne? Ja, guten Morgen mein Schätzchen. Hallo, guten Morgen. Du süßer kleiner Mobster, hm? Ja, du süßer kleiner Mobster, hm? Du süßer, hm? Süßer kleiner Dexter, hm? Jetzt mussten sie erst den größten Hunger befriedigen, aber dann kamen sie alle an. Ja. 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 Ja.